Hey Leute! Herzlich Willkommen zu Nix Nunes 7 Days to Die! Wir sind hier wieder in der Base, äh... Und sind am Ressourcen sammeln, denn wir gehen wieder in den Bau-Modus über Und jetzt wollten wir aber erstmal ein paar Eier sammeln Ey, was leckt denn das so? Das kann eigentlich nur ne Horne bedeuten, oder? Nö Nicht zu sehen? So, äh... So, nach Osten sind wir schon gut rüber gebrettert Dann brettern wir jetzt erstmal hier nach Süden Nein, komm ich da rüber? Ja! Oh ey, das wahrscheinlich schon hatte... Oh ne! Leider war keiner... Wie sieht eigentlich mit Holz aus? Ja, Holz könnten wir euch auch schon wieder sammeln Da ist noch eins Ah ne, ein Täsch jetzt! Naja, äh, warte mal, äh... Obwohl, ey, ich hab nicht viel Geld, dann sind die doch was wert Da mal kurz gucken, ob wir Honig kriegen... Oh! 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 Oh, hier gibt's ordentlich Bäume. Komm, hier lassen wir dann das Bike mal liegen. Ich brauche noch unheimlich viele Stufen. Ich denke mal nicht, dass ich das schaffe. Dann müssen wir einfach das Labyrinth ein bisschen größer bauen, weil wir ja noch keine Fallen haben. Aber ich denke mal, spätestens dann beim nächsten Blood Moon müssten da die ersten Pfeile da sein. Komm mal, hier. Oh, das meine ich, ey. Das ist mit diesem Polizeiknüppel einfach zu gefährlich. Der ist gleich auf Aggro. Was? mir die feine wieder ich wollte gerade sagen da höre ich doch schon wieder ein rocker auch du Chris Hart auch die rocker war bei dem text hier oh da vorne ist Wüste ich wollte es gerade sagen ich habe schon wieder etwas gehört ja mega schlecht ist er auch nicht aber es hält auch nicht mega gut ich stehe da mehr auf den Stein Vorschlaghammer ja vielleicht haben wir Glück und finden auch noch was zum jagen aber jetzt hauen wir uns erstmal wieder aufs Bike drauf und suchen Eier wir brauchen Eier warte da ist doch gleich eins ja und sogar ein Ei hier zweimal Müll Schmerzmittel ist doch noch mal Müll schmerzmittel 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 aus Na, da gibt's vielleicht wieder Honig. Nö. Na, ist wieder Nesto. Zwei. Na, ey. Lootet. Oh, zwei Eier. Wunderbar. Ey, das ist ein Hase. Wie immer, den jagen wir natürlich nicht. Egal, wie viel Hunger wir haben. Oh, wieder ein Ei. Ey, gibt's Neste und Rute? Oh, wieder ein Jackpot. Ja, komm mal her, Crawler. Danke. Und schon wieder ein Rocker. Und Suppe. Oh, der ist ja gleich auf Ultra-Agro. Oh, immer noch. Alter. Der ist immer noch voll auf Agro. Was, der ist durchgeflogen? Oh, der ist ja. 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 Hey, nur so ein bisschen Müll mitgenommen. Schon überladen, hier. Äh. Äh, dich, dich. Äh, dich, dich. Dich, 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 dich. Alles weg hier. Äh, das noch raus. Und bei der, äh. Du, jetzt bei der Suppe sehe ich noch weniger. Was ist denn hier? Oh, der ist ja. Oh, der ist ja. Und wieder allein. Wunderbar. Äh, Geier. Äh, jetzt aber aufgepasst, ey. Nicht, dass er mich verseucht. Nein, falsch. Der hat mir doch noch ne Wunde gegeben, der Drecksack. Das war's für dich. Ah. Was war das? Was ist nur der? Ich dachte, ich hätte direkt neben mir rascheln gehört. Scheiße. Ah. 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 Scheiße. Der ist auch nochmal an mich rangekommen. Nein, kein Ei. Äh, warte mal. Die müssen wir natürlich hier, äh, auseinandernehmen. Die guten Knochen und das Gammelfleisch. Die guten Knochen und das Gammelfleisch. v optional. Ne, fahre mal. Die nicht. Ölal мяс luggage. Oh, swelle mal. Ne, wir sammeln doch mal lieber ein paar mehr Eier. Dich, die schon? Ne, ne. Oh, doch. Ey, da gibt's vielleicht noch mal Honig? Ja, da haben wir doch mal Honig abgestaubt. Mal reparieren. Ja, und im Multiplayer, da habe ich die Pistole auf 3, weil ich da irgendwie schon längere Zeit gar keinen Bogen mehr mitnehme. Und das habe ich ja gestern erst gespielt. Ja, da haben wir doch mal wieder eins. So, da stellen wir auch noch mit. So, ich gehe noch schnell die Route reinzwirbeln und dann gehen wir mal in die Wüste. Äh, knapp, da neben mir ist auch vorbei. Da war nur ein Stein. Äh, lö, lö. Da kann man nämlich die Nester noch viel besser sehen. Hier sind gleich die Ersten. Und nebenbei gibt's auch noch Alohe und die Jocker. Oh, schon wieder Jackpot, ey. Ach komm, wir bleiben auf der Karre. Sicher, sicher. Da liegt ein Rucksack. Hier Müll. Toll, ein Gammelfleisch. Ganzhaft. Da wäre noch ein völlig intaktes Auto. Oh. Schau, wie da überladen. Das nehmen wir hier noch mit. Oh, überladen und einen Huhn. Schnell ablegen. Vielleicht kriegen wir das Huhn noch. Oh, ein Platz noch im Bike. Der ist Feierabend. Ah, Zombie. Irgendwo noch das Huhn zu sehen? Nicht wirklich. Motor-Singel. Ey, supi. Ne 6er-Stein-Axt. Wie toll. Kann man eh nicht verkaufen, ne? Hier, schreddern. Äh, nein. Versuchen wir uns hier doch mal. Gib mir einen Motor. Das war ein Wolf. Oder war das ein Coyote? Ah, ein Coyote. Der ist ja wunderbar. Oh, nicht getroffen. Schöss. Wieder nicht. Nein. Jetzt hauern. Sicher ist sicher. Seh schön. Wieder neues Fleisch. Zwölf Uhr. Der ist ja aber richtig wenig. Ach, ein Crawler. Das Auto gab nichts Goodies. Tischchen vielleicht? Na, wieder Vitamine nur. Ich bin echt zu kümmert. Ich finde den voll scheiße. Ja, äh. Ey, nochmal zwei Mal Yooka. Da können wir uns ordentlich Yooka machen. Der ist ja noch besser wie, äh. Die Goldrude. Müll und Rucksack. Oh, zweier Messer. Sehr schön. Ich habe doch auch eben was gehört. Äh. Dann nehmen wir mal den hier. Wären wir noch was los, ne? Ja. Das Wasser können wir uns reinhauen. Ja, mein neues Messer. Äh, habe ich hier noch was, was nicht stackable ist? Na, nicht wirklich. Ey, geil. Liegt hier schon wieder ein Rucksack und Müll. Hey, jetzt hier Yooka und Aloha. Oh, das ist hier gar nicht so schlecht für ne Mine im Wüstengebiet. Also, wir haben hier Nitrat, wir haben hier Öl, Nitrat und da ist dann gleich wieder Eisen. Ähm, naja, die markieren wir uns natürlich. Und da vorne links sehe ich doch schon wieder ein Täschchen. Äh, äh, weil ja der Platz so ein Maul ist, Nitrat und Eisen. Und fertig. Ne, ich fahre wieder her. So, Täschchen. Äh, immer wieder ein Schmerzmittel. Sehr gut. Was ist da hinten? Müll. Oh, Nest. Oh, wir sind da vorne. Ja, wir sind da vorne. Was ist da? Na ja, hier ist da vorne. Oh, das war dann. Was ist da vorne. Schmerz. Oh, oh, was ist da vorne. Was ist da vorne, Löcher? Wir sind da vorne. Ja, aber war jetzt ein Leben? Äh, das war einfach war schon. So ein bisschen können wir hier nur glotzen Hier ist schon wieder Doppelnitrat Hey Jucke Oh Nest Da ist wieder ein Heidrin Seh ich hin Seh ich hin Seh ich hin Seh ich hin Combien XP können wir immer gebrauchen Ja super durch den Kaktus gelaufen Alles Nimmst du alles mit Alles meins Okay Vielleicht hätte ich nicht laufen sollen Äh da kommt doch schon wieder ein Zombie Das war's für dich Pfeile hier An Aloe Denk ich immer nicht dran Auch schon wieder 5 überladen Ja mal gut das meiste allerdings schon haben Äh da ist immer noch Jucke Er vollkommt denn wieder ein richtig intaktes Auto Und ein Rucksack Ein Knochen Naja So was haben wir hier schönes Naja das kennen wir bisher So jetzt geht mal wieder ein Motor her hier So wieder ein Crawler oder? Nein Kopf angekrochen Den nehmen wir erstmal die Schnelle Okay ist ohne juka da ist er ich glaube bei dir kann ich die munition sparen eh 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 er hat schon wieder reinlegen hier wat oh, er wird langsam richtig voll Ah, hier kann man eigentlich ganz gut jagen. Weil es ist ja ein bisschen einfacher wie Wölfe, auch wenn die jetzt nicht so viel Fleisch geben. Ja, da sind wir auch schon hungrig. Ja, aber es gibt gleich wieder lecker Bacon und Egg. Ditte Ding ist du wieder eins. Oh nein, du ist doch ein Hase. Der Arme. Wollen wir mal gucken, was ihm passiert ist. Oh hier, guck mal. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Horde? Ne, es sind nur zwei. Der arme Hase. Naja, bevor der arme Hase halt vom Zombie gefressen wird, ne, dann nehmen wir ihn mit. So traurig. Na, doch so ne kleine Horde. So, jetzt hat er hier so viel gefallen. Da ist die Täsche. Oh, ne 6er Kapuze. Äh. Äh. Oh. Wir haben ja nur ne 4er aufgehabt. So, ich würd mal sagen, da hinten nochmal zu dem Auto. Ah, hörst du? Ey sexy, komm mal her hier. Irgendwas hab ich eben gehört. was war das auch wenn wir hier hoffnungslos überladen sind wir gucken mal was wir noch am platz schaffen können äh wir hier ein bisschen äh schrauben wir den jetzt hier noch auseinander naja bekommen wir jetzt nichts also nichts dickes nicht gegen kathos und nochmal die jungen hier und ab nach hause naja gab es richtig viele heißen oh warte mal die müssen wir natürlich noch mitnehmen da ist noch eins da war ein Ei drin und da hoch jetzt aber weg jetzt sammeln wir hier gar nichts mehr ein da war ja das ist das ist Oh nein, das war ganz schlecht, in der Nacht hier lang zu fahren. Da sind wir auch zu hause. Da kommt der Sprit mit. warum bist du die sprit mit rülle er ist ja auch langsam engineering dies und dies dass rohre also jetzt 16 das ist ja wunderbar nicht genug fleisch Prozent achtmal weg und weg zu Prozent sehr schmerzen Prozent die Zwingen das und ist das dies und jenes Und Eisen noch Äh, da war hier noch Sprengstoff Da musst du rein Äh, die Spitzen hier Das war's, glaube ich Engineering, da kommen auch hier die rein So, und dann habe ich hier schon das Ende der Folge erreicht Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis denne und ciao